Moin allerseits und herzlich willkommen bei Whiskygold. Ja, ich habe mir seit langem mal wieder eine Flasche gegönnt und zwar einen Mordlach von Signatory Vintage, unabhängig abgefüllt. Ja, gerade frisch auf dem Markt, glaube ich seit zwei Wochen. Das ist das sechste Badge aus dieser Serie. Warum habe ich ihn mir gekauft? Ich stehe total auf Mordlach und dachte mir, ach, hier komm, den probierst du mal. Und zwar erst, weil es ein Mordlach ist und ein Mordlach in Bulgari Rotweinfässern gereift. Ja, so wie ich das hier verstehe, vollständig. Oder gab es vorher eine Börbenfassbefüllung, aber dann würden sie es ja raufschreiben. Steht hier nicht drauf. Somit entnehme ich dem, dass es zehn Jahre Vollreifung ist. Ja, wie gesagt, verfügbar, bestimmt limitiert. Auf wie viele Flaschen konnte ich auch nichts zu finden. Kein Farbstoff, keine Kältefiltration für Farbtränker. Schöne Farbe. Abgefüllt mit 48,2 Volumenprozenten, destilliert 2014, abgefüllt 2024. Small Badged Edition. Ah ja, da steht es nochmal, Nummer 6. Genau. Ja, Bulgari ist ja ein Wein aus der Toskana, Italien. Aus dem Ortsteil Bulgari. Bekannt für seine Weine im Bordeaux-Stil. Bauen circa, was haben die, 1200 Hektar Weinanbaugebiet. Das ist schon ordentlich. Genau. Und die Abfüllung hier ist für... Signatory Vintage. Ah ja, in Stur, Deutschland. Ja. Ich würde sagen, ich widme mich jetzt mal dem Whisky. Habe ich gesagt, 60 Euro. Kommt da ungefähr. Oh. Bernstein-Farbe. Rosé-Bernstein so ein bisschen. Also Mortler hat mich noch nie wirklich enttäuscht. Mortler hat auch eine Core-Range mit einem 12er, 16er, 14er. Ich weiß nicht, was da jetzt genau ist. Die sind mir ein bisschen schwach auf der Brust. Aber so diese ganzen unabhängigen Sachen, die machen schon Laune. Die machen wirklich Spaß. Mortler hat auch immer so ein bisschen was, ja... Dreckiges, Wildes. Nicht so ganz gesetzt. Immer so ein paar Ecken, Kanten. Das mag ich immer ganz gerne. Also süß-säuerliche Nase. Gleich zu Anfang. Das habe ich gesagt, 47,2, ne? 48,2. Sorry. Lebendige, süß-säuerliche Nase. So. Erdbeere. Erdbeere so ein bisschen. Diese Erdbeere, die so schockgefrostet sind. Kennt ihr die, die ganz trocknen? So ein Scheibchen. Die haben auch so eine fruchtig-süß-säuerliche Note. Ja, schon so leicht prickelt in der Nase. Alkohol beißt, sticht nicht. Nein, alles gut. Also ganz klar, so ein Wein-Einfluss ist hier gegeben. Kann man nicht anders sagen. Frisch, lebendig, leicht. Bisschen Kirsche. Eine sehr angenehme, sehr wohltuende, so ein bisschen schon leicht sommerlich fruchtige Cocktail-Nase. Der laue Sommerabend und ein Mordlach-Vintage. Ich würde jetzt noch ein bisschen, ja, so säuerlicher, grüner Apfel vielleicht. Stört euch nicht an den Hintergrundgeräuschen. Hier wird irgendwo gearbeitet. Keine Ahnung. Ja, also ganz klar, Betonung liegt schon auf Weinfass, Bordeaux, ja. Und jetzt gucken wir mal, was das Näschen macht. Äh, die Zunge. Oh. Weinig, trocken, trocken, spritzig. Zunge, säuerlich, trocken, viel süßer, tatsächlich so ein weiniger, ich muss das jetzt so sagen, so ein weinig, dünnsüffiger Körper. Kurzer bis mittellanger Abgang und diese säuerliche Trockenheit, die klebt noch an der Zunge. Sehr viel Weinpräsenz. Ähm, so ein gestreckter Bordeaux irgendwie mit viel Volumen-Prozenten. Ich kriege jetzt in der Nagel so eine leichte Gebäcknote, die da hinten mitschwingt. Süßes Gebäck, ganz leicht. Vielleicht so ein bisschen was. Hm, Zimtbrötchen in die Richtung, ich weiß nicht. Aber schon ein bisschen überspitzt. Deutlicher Angriff auf der Zunge vor allem. Zungenspitze. Beim ersten sowohl zweiten Schluck. Und er ist wirklich, ja, Weintraube. Rote Weintrauben. Prickelnd. Citrus. Säuerlich. Süßsäuerlich. Trockenwerdend. Relativ starker Antritt am Anfang und dann passiert im Mundgaumen jetzt nicht so viel Aufregendes. Aber auf der Zunge ist er die ganze Zeit da. Hm. Ich bleib dabei. Kurz bis mittellang vom Abgang. Hm. Ich trinke ja schon seit Ewigkeiten so gut wie gar nicht mehr Wein. Wenn dann mal vielleicht einmal im Jahr zu irgendeinem Anlass. Ähm. Ich würde jetzt sagen, polarisiert mich so ein bisschen diese Abfüllung, ja. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, Whisky und Weingenießer, wo, wenn man bei beiden so ein bisschen sehr beheimatet ist, ist das durchaus eine Abfüllung, die man sich zulegen kann und die man probieren darf, weil man ja beide Spirituosen sehr gern mag, weil dieser Rotweineinfluss, der ist schon deutlich. Ähm. Und durch diese süffig-spritzige, also das ist schon speziell. Er hat so sein Alleinstellungsmerkmal auch hier. Ähm. Für mich so als Whiskytrinker ist das, ja, so eine Gegebenheit, die ein bisschen außer Reihe tanzt, ja. So ein bisschen, ich muss mich da erstmal zurechtfinden mit. Ich kriege hier nicht viel mit von Mordlach, was ich sonst von Mordlach kenne. Ich fände ihn überhaupt nicht irgendwie eckig, kantig, dreckig, sondern speziell auf seine Art und Weise. Ähm. Ich glaube, eine Abfüllung wieder muss man zwei, drei, vier Mal probieren. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen atmen lassen. Dann gibt es ihm vielleicht nochmal eine andere Note. Interessantes Teil. Kann ich total schwer gerade beurteilen nach dem ersten Mal tränken. Besorgt euch ein Sample. Da bin ich auch, also es ist wirklich eine Flasche, wo man einfach erstmal probieren sollte. Ja. Bevor man sich die ganze Flasche kauft. Erst probieren. Und dann sich irgendwie ein Urteil bilden, ob man es mag oder nicht. Ja. Wie gesagt, verfügbar. Ich denke mal, der wird uns ein bisschen begleiten. So wenig sind da bestimmt nicht auf den Markt gekommen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr ihn schon im Glas hattet, unten reinschreiben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenn ihr auch geht. Baut Schalt es nicht auf den Pey Amen. Das ist es nicht so ein Bild, aber es ist ein fils. Wie gesagt, man schwer ja nicht auf das und sicher kann. Ich wollte nicht auf dem Weg. Ich glaube, ich gehe heute nicht so ein Bild, aber ich sehe. Vielen Dank.